Wir sind dabei ein neues Organisationsmodell einzuführen, Soziokratie 3.0. In diesem Modell finden alle Mitarbeiter einen Platz. Es sind Kreisorganisationen und die sollen dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen auch für die Zukunft nachhaltig geführt wird. Ich bin hauptsächlich in der Pflege tätig, mittlerweile seit sechs Jahren und ich schätze es an unserem Unternehmen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit im Team haben und in die Berufsgruppen. Es klappt in einem Team allein, wenn ein guter Zusammenhalt ist und gut zusammengearbeitet wird. Und es werden auch darauf geschaut und die Mitarbeiter schauen darauf, dass man nicht in den Stich gelassen wird. Ich kann stolz über mich selber sein, dass ich schon 20 Jahre in dem Betrieb arbeite und laut meiner Stockleiterin bin ich eine positive Mitarbeiterin, dass man sehr stolz macht. Wir wussten, dass wir als Griesfeld-Institution auf guten Beinen stehen und dass wir sehr transparent und zielgerecht arbeiten, aber solch einen Preis haben und sicher nicht erwartet, der uns zurzeit sehr, sehr stolz macht. Ich hoffe, dass es andere, die in unserer Institution zurzeit arbeiten, auch die Möglichkeit gibt, weiterhin für uns zu arbeiten mit großem Stolz, welcher sie sich heute mit diesem Preis verdient haben. Bis zum nächsten Mal. ZD-Man bei Board von bis zum nächsten Mal. Mai von y